Okay, Kopfhörer it in, man. Reaktor it in, man. Let's go. Ey, dieses Logo ist nice. Ey, wer das Logo gemacht hat, soll ich mal bei mir melden? Ich will auch so ein Logo. Also, nicht so ein Logo, aber auch ein Logo. Ich komme von einem Bruno Apokat. Ey, 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 gang. Mama, der nigger aus Ghana, dicker für Marihuana. Nigger, bewässer für Kanar, stapel die Pate, Pate für Mama. Alles drama, wenn ein nigger auf Tau, gib mir Rendezvous. Niggas with attitude, gang sein, keine Gang-Tattoo. Next line, für die Airline. Also, Beat geht nice ab. Der hat auf jeden Fall eine Präsenz und so. Der ist ein cooler Typ, aber es ist ein bisschen, ich weiß es nicht, Bruder. Ich will ihn ja echt zuliebe auch supporten, aber es, der schwankt lyrically, ist das schwach. Also, wie gesagt, der hat eine Präsenz, der ist krass. Die Stimme ist auch gut. Aber entweder muss man nur noch mal mit jemandem ins Studio, der schreibt. Wirklich, ich meine das ernst, null Disrespect. Dann musst du einfach mit jemandem ins Studio, der schreiben kann, der das Ding so mal, oder der das supporten kann, der ein paar Level das Ding bewegen kann. Also, so ist das nicht. Es ist mir zu viel Haus, Maus, ich kann mich da gar nicht konzentrieren. Aber bei dem Track ist es wirklich ein bisschen wack. Bei dem anderen war so noch so auf Kunst crazy. Ja, da sieht man so ein bisschen schon den Unterschied zwischen hier den Kollegen und zum Beispiel jemandem wie aus der New Wave, so wie Blade. Das stimmt alles bei Blade. Das stimmt alles, das Video stimmt, der Look, alles stimmt da, der Song. Hier ist auf jeden Fall Luft nach oben. Ich will den Jungs überhaupt nichts schlechtreden. Die sollen ihr Ding machen und die sollen Gas geben auf jeden Fall. Energie ist da, wie gesagt, Präsenz, Stimme ist auch da. Da muss noch viel passieren, aber Gas geben. Reutlingen kommen die, wo ist das? Reutlingen, ist das bei Stuttgart? Was ist das? Ist das bei Stuttgart? Ja, Blade, oder? Oder wie heißt der aus Köln den? Blade oder? Sorry, wenn ich das falsch Ding sage. Ey, Dennis, nerv mich nicht. Noch so einen, Dennis, noch einen nervigen Kommentar und ich ban dich für immer. Du nervst mich. Klug scheiß nicht rum. Ulan, meinte ich. Du nervst mich wirklich, Alter, du nervst mich. Nervst mich, Junge. Ich bin niemals satt von mir, wirst du gegessen. Immer auf Action. Du kannst uns verlieren, ich muss mich nicht messen. Psychopath und berechen. Frontal, aggressiv, keine leeren Versprechen. Zeig niemals Schwäche. Gesicht wie ein Engel, doch vom Vatam besessen. Ah, bin ignorant. Benzin in den Labo getrankt. Ich muss sagen, die, ja, 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 sechs, 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 sechs. Das Problem ist halt, wenn ihr mir was schickt und das sind Freunde von euch und ich bewerte das nicht so vielleicht, wie ihr wünscht, ey, dann schickt mir das nicht, Alter. Leute, wollt ihr eine ernste Geschichte? Und ich bin auch wirklich kein YouTube, wie heißt das, ich bin keiner, der die ganze Zeit auch nur versucht, schlecht zu reden oder jemanden runterzumachen und schlecht. Ich rante ja auch nicht. Ich versuche immer, das konstruktiv zu sehen, so. Was könnte man da noch machen? Was ist das Problem hier? Was könnte man da noch machen? So sehe ich die Sachen. Das ist ja denn jetzt unfassbar fürchterlich. Dann ist egal. Aber deswegen entspannt euch. Wenn ihr Rants wollt, müsst ihr woanders hingehen. Wenn ihr wollt, dass ich nur gut rede, weil das euer Homie ist, dann müsst ihr auch woanders hingehen. Sorry. Abgewandt, hab sie alle gefickt ohne Schwanz. Mir plantet der Hand, die Gang hinter mir provokant. Besser fass mich nicht an, sind Gangster aus jedem Land. Ja. Euro, Dollar, Yen, mache Para für die Fan. Body, Sweet, die Karamell, läuft nicht bei mir, Rants. Von Kopf bis Fuß ein Winner. Goldring am Mittelfinger. Die Sneaker, Nike, Tasche off-white. Mein Lächeln, Eis wie immer. Bin für das Game. Boah, bei ihr muss ich sagen auch, das ist auch lyrically ein bisschen schwach. Aber sie hat auch eigentlich einen guten Look. Kommt so ein bisschen Schwester Eva am Gesicht auch rüber. Kommt sehr authentisch rüber. Das haben die auch alle gemeinsam, die beiden, Nana und Weiler. Also das ist schon gut. Das ist auf jeden Fall, wie gesagt, das ist schon sehr wichtig, dass du schon mal... Weil, wie man immer so schön sagt, am Text kann man arbeiten. Wenn du aber eine gewisse Stimme hast und einen Look hast und, sagen wir mal, etwas hast, diese gewisse Magie hast, so... Und die hat auf jeden Fall auch eine Präsenz, genau wie er. Aber das ist bei beidem ist lyrically ein bisschen schwach, würde ich sagen. Schon schwach. Also, da muss dran gearbeitet werden. Ganz easy. Aber sie ist ein ganzes Stück auf jeden Fall besser als Nana, muss ich dir zugeben. Bin für das Game gemacht. Besser gibt Acht. Ich mach immer Schnapp. Das Böse schläft nie. Ich bin ein Bandit, der schießt. Gibt ein Mula und zieht. Taschen voll Weed. Pate verdient. Malern auf Lien. Komm mir mit Nana im African-Stil. Roll durch die Stadt, voll auf Amphitamin. Amphitamin. Immer mit der Gang. Immer mit der Gang. Immer mit der Gang. Ja, die Hook ist noch das Stärkste auf jeden Fall. Shoutout, wie gesagt. Ich hab mir das jetzt angeguckt, ich versteh schon, was die machen. Auf jeden Fall. Die haben auf jeden Fall... Guck mal, wir liken das auch. Wir lassen Support auch da. Alles gut. Kein Hate hier. Aber müssen ihr Ding machen. Aber da gibt's einfach... Das gibt's auch schon im Besser, weißt du. Und wirklich Gas geben. Also, ihr müsst lyrically nach oben. Und ähm... Müsst mir noch einmal ganz kurz den Beat anrufen. Ist schon okay. Das ist ja okay. Der Beat, der hat Power. Ne, ich geb Like. Schreibt einer, ich find's schlecht, aber ich gebe Like. Nee, ich like, um den Jungs... Ich will... Äh... Wie sagt man? Ich geb denen einen Support, halt einen... Wie sagt man? Energie. Hey, hey. Positiv. Macht weiter. Macht euer Ding. Aber die Bewertung ist... Es ist halt... Ich würd sagen, irgendwo 4, 5 von 10. So ist... Ganz ehrlich. Mehr kann ich nicht geben. Ist völlig unfair gegenüber anderen, die hier... Der LB-King, der gerade war. Da würd ich sogar sagen, so locker 7 oder so. Bis 7. 6 bis 7 von 10 auf jeden Fall. Deswegen. Also gut. Wie gesagt, ich muss den Jungs... Ich geb den Hack hier einfach, weil die Gas geben, ein Video drehen. Mann, die gehen in die Studie, die machen hier Dings. Ich lass dich so... Digger. Fühl mich schlecht, die jetzt einfach nur runterzudenken. Aber... Wie gesagt.